...hat WTF passiert hier. Let's Hugo! Das ist mein Hund! Let's go! Wir hätten dann gerne ein Foto vom Pokal und dem Hund. Mach ich, mach ich! Let's go, Dinger! Mein Hund ist der geilste! Das hätte genauso mit Rebys Hund passieren können, wirklich. Geil! Mega! Jetzt hab ich einen Pokal und meinen Hund! Für den Support kommen wir uns natürlich auch noch die Votings an, vom letzten Clip. Und wir schauen uns danach natürlich auch Hugos Rammel-Clip noch einmal an. War aber knapp! Gegen Simon Unkel! Also der Hugo gerammelt hat. Mega! Streich die Ehe! Er ist leider nicht hier! Er ist leider nicht hier! Er ist zuhause! Oder sie ist zuhause! Die ganze Zeit nur am World of Warcraft hier irgendwas, Krieg, Boom. Mega! Das war so, dass ich 24 Stunden lang mit Nova gecampt habe, aufs Simons-Hausstück! Ja! Und man immer so... Ich krieg einen Pokal!